Was ist 2020 so alles passiert, sowohl in der Musikindustrie als auch bei Adamant Music? Das erfährst du in diesem Video. Hi, ich bin Janik von Adamant Music. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die Themen Musikmarketing, Business, Management und allem, was dazugehört. Wenn du also Musiker bist und mehr aus deinen Songs herausholen willst, dann werde unbedingt ein Teil der Community und lass ein Abo da. Aber jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, ist das Jahr 2020 entweder schon oder fast vorbei. Und was für ein Jahr liegt hinter uns? Angefangen hat das Jahr für viele als das Jahr. Es ging allgemein ziemlich gut los und du als Musiker hattest auch für 2020 bestimmt einiges geplant. Relativ schnell ist aber leider dann das große C um die Ecke gekommen. Und das hat die ganze Branche in eine Krise gestürzt. Unter anderem die Musik- und Veranstaltungsbranche hat besonders stark gelitten. Musiker mussten die ausgefallenen Einnahmen aus Konzerten irgendwie kompensieren und sich mit der neuen Realität arrangieren. Manche konnten das besser, manche eben nicht so gut. Ich habe direkt am Anfang der Krise schon gesagt, dass aus so einer Situation definitiv auch Chancen für Musiker wachsen können. Und das sehe ich auch immer noch so. Das Spielfeld wurde geebnet, wenn man das so sagen kann. Viele große Künstler haben ihre Releases erstmal verschoben und hatten auch durch die fehlenden Konzerte und Festivals nicht die normalen Möglichkeiten, ihre Musik zu vermarkten. Außerdem waren extrem viele Menschen zu Hause und vor ihren Bildschirmen. Jeder, wirklich jeder Künstler hatte über Social Media, Streaming und Co. also die Möglichkeit, neue Menschen zu erreichen. Streaming hat von diesen Entwicklungen definitiv auch extrem profitiert. Das sieht man in den Zuwachszahlen von Spotify zum Beispiel. Alleine im ersten Halbjahr 2020 konnte Audio-Streaming in Deutschland um 20,7% zulegen. Damit hat das Digitalgeschäft fast drei Viertel des Gesamtumsatzes der Musikbranche ausgemacht. Tendenz natürlich weiter steigend. Das gesamte Ausmaß, wie sich diese letzten Monate insgesamt also auf die Branche und im Speziellen das Live-Geschäft ausgewirkt haben, das wird sich vermutlich aber erst noch zeigen. Trotzdem habe ich aus der Community auch sehr viele positive Storys und Erfolge mitbekommen, was mich sehr stolz macht. Viele haben es also geschafft, diese Chancen zu nutzen und sich sinnvoll aufzustellen. Und auch bei uns lief dieses Jahr wirklich sehr gut. Am 01.01.2020 haben wir diesen Kanal nach fast eineinhalb Jahren endlich wiederbelebt und damit hat eine unglaubliche Reise begonnen. Dieser Kanal konnte in so kurzer Zeit von knapp 300 Abonnenten auf mittlerweile fast 1900 wachsen. Ihr habt unsere Videos fast 90.000 Mal und damit über 5.600 Stunden angeschaut. Und worauf ich besonders stolz bin, wir haben dieses Jahr über 100 Videos zu verschiedensten Themen für dich veröffentlicht. Das sind zwar erstmal nur Zahlen, aber das bedeutet für mich auch, dass diese Videos wirklich vielen Musikern weiterhelfen konnten. Und genau darum dreht es sich hier. Dir das Wissen, die Strategien und die Tools an die Hand geben, dass du im modernen Musikbusiness richtig durchstarten kannst. Deswegen bedeutet mir persönlich diese Entwicklung auch wirklich extrem viel. Auch abseits von YouTube hat sich die Adamant Music Community sehr stark entwickelt. Wir haben einen Podcast gestartet, in dem wir jetzt am Anfang schon wirklich tolle Gäste hatten. Sämtliche Plattformen sind gewachsen und wir konnten eine tolle Community aufbauen. Außerdem haben wir viele Consulting-Projekte erfolgreich durchgeführt, hatten super Releases über das Label und haben jetzt im Dezember auch noch den Artist Launch gestartet. Mit dem Artist Launch haben wir das größte Projekt in der Geschichte von Adamant Music ins Leben gerufen. Eine riesige Initiative, mit der wir dir als Musiker dabei helfen wollen, 2021 so richtig durchzustarten. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und informier dich. Und natürlich, ganz wichtig, das Adamant Music Team ist gewachsen. Mittlerweile bin ich nicht mehr alleine und habe mit Ferdi wirklich eine geniale Unterstützung dazugewonnen. Ohne ihn wäre das alles in diesem Ausmach einfach nicht möglich. Deswegen freut es mich so, dass das Ganze geklappt hat. Alles in allem bin ich einfach extrem dankbar für diese tolle Entwicklung und auch für deinen Support. Also von ganzem Herzen vielen, vielen Dank dafür. Im Hintergrund passiert jeden Tag natürlich sehr viel, sodass ich mich jetzt schon auf 2021 freue. Viele Projekte, Videos und Innovationen warten schon auf dich. Also nochmal vielen Dank, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitest und wir sehen uns im nächsten Jahr. Morgen gibt es übrigens auch gleich ein Video mit einem kleinen Ausblick auf 2021 und was ich persönlich an Trends für das nächste Jahr sehe. Sei also auch 2021 mit dabei und lass uns die Musikindustrie gemeinsam revolutionieren. Vielen Dank für deinen Support. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass gerne ein Abo da und werde ein Teil der Community. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.